Jo, meine Freunde, was geht abgehört? Wie ist es nochmal? Back on YouTube! Und ja, ich melde mich wieder back. Ich habe wieder letztens ein Video auf YouTube gesehen, wo ich mir einfach nur gedacht habe, Allah, geht's dir noch gut? Ich bin ehrlich gesagt extrem geschockt von diesem Video und habe mir einfach nur gedacht, zeige ich mal dieses Video und bin extrem gespannt, was hier einfach dazu hält, weil ich habe ehrlich gesagt keine Worte dazu. Super gemacht, Junge! Weiter so! Echt toll! Wow! Was soll ich dazu sagen? Ey, ich werde jetzt so laut schreien, ey. Verdammt nochmal! Verdammt nochmal! Was denkt ihr euch einfach dabei? Dieses kleine Kind wird von klein auf erzogen, Frauen zu schlagen. Ey, wie soll das kleine Kind dann werden, wenn sie erwachsen wird? Was glaubt ihr? Präsident! Ey, die Frau, die das filmt oder der Typ, der das filmt, der fördert einfach sowas. Das war's mit diesem Video. Ich habe euch diesen Clip da gezeigt, damit ich euch sagen kann, wir sind in einer Gesellschaft, wo ich sagen kann, das Niveau is here. Here is this Niveau. Genau here. Wenn euch meine Meinung gefallen hat, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst den Daumen nach oben da. Es regnet. Ja, es regnet. Jetzt kann ich schnell nach Hause laufen. Ich muss laufen. Anderes geht ja nichts. Dann, peace out mit ihm, Freunde. Peace out! ... ... ... ... Vielen Dank.